Salvete Discipuli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute eine besondere Funktion des Konjunktivs im Hauptsatz, nämlich den erfüllbar gedachten Optativ der Gegenwart, näher vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr bereits die Konjugation der Verben, also die entsprechenden Bildungen in den verschiedenen Konjugationen im Konjunktiv, kennen. Ich möchte mein Video nun wie folgt gliedern. Zuerst werde ich euch die besondere Funktion des Konjunktivs im Wunschsatz einmal vorstellen. In Punkt 2 folgt die genauere Definition und Bildung des erfüllbaren Optativs der Gegenwart. In Punkt 3 dann die Negativs. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu machen.